So, Kotori, möchtest du noch einmal Mörder sein? Ah ja, dann. Ja, dann haben wir's durch. Dann sind wir alle durch. Ja. Mit den Nerven. Ja, das ist so. Das ist so. Wobei, wenn man's noch ganz geschickt anstellt und der Geist wirklich auf der Luke steht, dann kann man ganz schnell reinspringen. Ohne dass der Geist dann erwischt. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Bubz. Oder wie war der Text? War er schon korrekt, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Gut. So, Kotori. Wie Patrick echt einfach nur aufs Spielen aus ist. Der redet gar nicht mit. Unfassbar. Wäre ich? Ja. Wäre ich sonst so. Hast du gerade dein Mikro wieder angemacht, oder was? Nee, das ganze Zeit ist halt an. Aha. Ohne, diesmal möchte ich nicht die Schwarze spielen. Die hat echt ein schlechtes Karma. Hörst du was gegen Schwarze? Ich möchte jetzt. Ich spiel wieder Mac. Hörst du was gegen Schwarze? Nein! Nicht Effektives. Ah nein, ich möchte den Nerd spielen. Das denke ich mir bei Pegida-Teilen, wenn man auch immer. So! Na gut, da hättet ihr schon was. Ich bin ein Nerd! Aber nicht wegen allem. Das Problem ist, hast du ihn. Einer spielt Gronkh und der andere spielt... Ja, irgendwas. Ich bin das einzige Mädchen und auch noch die Schwarze. Das kann nur gut gehen. Jetzt können wir das Spiel reißen! Ja, ich glaube auch. Aber gut, das liegt jetzt gerade in deinem Gen. Ja. Stimmt. Aber ich hab Boobies! Ja, aber nicht die Boobies of Doom. Die hab nur ich. Das stimmt wohl. Und die hat jetzt auch der Mörder gekriegt. Ich hab jetzt immer noch die Boobies of Doom. Ah, verdammt. So ein Scheiß aber auch. Euch geht's aber sonst soweit gut, ja? Ja, ja. Aber dafür hab ich Ass, ne? Damit kann ich winnen. Ey, auf dieser Mal haben wir über Sand-Up, glaube ich, noch nicht gespielt. Nee. Nee, ich glaube nicht. Na bitte, da hat es sich gelohnt. So, dann wollen wir mal ganz schnell. Nicht nur was vor lauter Mais. Du bist... Oh, der ist der erste Punkt. Wer denkt mal so, Leute er Wollen attributen? Fick dich! Nein! Nein, 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 nein! Buchst du mich gehst? Oh, fuck! Er darf schon mal geklärt. Da ist derbit-Engegemann und der möchte mich holen. Er möchte an dich ran. Genau. Oh, fuck! Das ist gar nicht mehr ern第1 fulfilled. Komm, spiel mit mir. Der Sex wäre mir aber schon ein bisschen zu hart. Ich fand das bei Outlast schon nicht gut mit der Serie. So, er weiß ja nicht, wo ich bin. Oh, hier liegen Schweine. Oh, lecker und yum, yum, yum. Nimm doch lieber die statt uns. Nein, du langes Schwein ist mir viel lieber. Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Oh, deliziös. Mann, kannst du nicht mal abhauen? Zei dir. Lenk sie einfach ab. Du gehst mir auf den Sack. Wir machen in der Zeit. Das passt schon. Zei dir. Kommt und zeigt euch. Ein Bett im Kornfeld. Das ist im... Und da ist das erste schon erledigt. So, dann wollen wir mal gucken, was sich in dieser Kiste hier befindet. Krimskrams, Krimskrams. Krimskrams, Dingelingedong. Krimskrams. Ich will frech die Karte. Krimskrams. Dingelingedong. Krimskrams. Oh! Oh, oh. Oh, oh. Ich habe jetzt ein Verbandskästchen gefunden. Was kann man damit machen? Ich habe Haken. Sicher. Richtig geile Drogen. Ich habe Haken. Ich habe Haken. Ich renne durch das Maisfeld. Ganz froh. Oh, was ist denn hier? Ach ja. Ja, Kotori. Und bei dir so? Ach ja. An diesem Haken werde ich sterben. Die Musik ich will ab, aber ich sehe nichts. Das weiß ich jetzt schon. Dabei ist hier nicht mal viel hohes Gras, an dem wir uns irgendwie verstecken könnten. Nö, überhaupt nicht. Ich bin echt nicht der geborene Mörder, da habe ich so recht. Wo seid ihr meine Freunde? Ich sehe gar nichts. Sollte das besser lassen. Nicht als Berufsweg einschlagen. Leifter. Ja. Also. Ich finde nur Haken. Irgendwas mache ich falsch. Du musst die Generatoren suchen. Muss ich das? Wo sind die? Ich sehe sie nicht. Hey. Was machst du da? Oh, ich habe einen Generator gefunden. Aber ich renne einfach weiter. Gibt's ja nicht. Was machst du da? Hä? Wer denn? Niemand. Nirgendwo. Redest du denn? Patrick ist gar nicht da. Ich habe den Killer gehört. Wer hat denn da versucht, einen Generator anzuschalten? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Wo bist du mein Kind? Come to Mami. Come to Mami. Ach, nirgendwo. Oh. Ich bin nirgendwo. Du siehst mich nicht. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Oh oh. Das ist schon traurig. Und das als Let's Player. Also komm, man fühlt sich nicht einfach an. Leute, geht schon mal zum Ausgang. Wir sind fertig. Wisch. Ihr seid doch kacke. Was ist doch kacke. Ihr wollt mir viel zu schnell. Los. Die Frage ist, wo ist der Ausgang? Du warst bei mir. Ja, wo bist du? Hm. 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 Ich bin hier so ganz alleine. Wir müssen nur den Ausgang finden. Na, lasst euch Zeit damit. Ausgang voraus. Findet lieber mich. Wer auch immer da aus dem Schrank rein und rausgegangen ist, da rechts war, er. Oh mein Gott. Ich glaube, das hatte einen Grund. Hast du dich jetzt am Ausgang postiert, oder was? Ja. Oh oh. Aber es gibt doch zwei, oder gibt es nur einen hier? Kommt her, bitches. Houston. Ja, mein Problem. I have a problem. Ich sehe kein Problem. Ich auch nicht, ich bin durch. Hm. Ich stehe am falschen Ausgang, weil der mich verarscht. Du musst den anderen suchen. Die steht garantiert noch im Gebüsch und wartet, bis ich zum nächsten renne. Also ich ja sowieso. Ja. Das ist logisch. Tja. Kommt nur her. Wie sie sich auch gar nicht bewegt, ne? Sie... Ja. Ja. Sie posiert mit ihrer Kettensäge. Ja. Tja. Der Spaß hat. Ich hab dich schon auf der Kettensäge überhaupt, ja. So. Na komm. Benni, wo bist du? Der versteckt sich einfach, der hat Spaß. Okay, ist er in meiner Nähe? Nein. Gar nicht. Nein. 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 Okay. Okay. Wie gesagt, er hat einfach nur Spaß. Oh, so weit wollte ich gar nicht raus. Verdammt, ich wollte noch warten. So. Kottori. Benni, du ziehst voll das Let's Play in die Länge. Kottori. Kottori, möchtest du nicht gehen? Nein, möchtest du nicht zu mir kommen, meine Kinderchen? Aber Kottori. Nimm einfach den anderen Ausgang. Wie ist der denn da jetzt rausgekommen, der Penne? Wir sind alle so verletzt. Wir können nicht zu dir kommen. Du kannst nur zu uns kommen. Oh, Benni, mein Schatz. Was tut denn? Also, Kottori, ich habe den anderen Ausgang genommen. Du hättest natürlich zu mir rennen können, als sie dir gesagt haben, dass du es tun sollst. Aber stattdessen dachtest du einfach so, nö, ich postiere mich jetzt da, wo schon offen ist. Wir sollten dir ja nur helfen. Aber nein, vertraut mir ja nicht. Ja. Gleich ist er jetzt an den anderen Ausgang, der kleine Dritte. Schätzelein. Noch ein Twerk zum Abgang? Oh, tschüss. Noice. Tschüssi. Yay. Yay. Und ich habe überlebt, als Koopten-Schwarze. Ich habe einfach mal gar nichts gemacht, die gesamte Runde. Ich habe einfach mal zwei Generatoren gemacht. Ich bin die ganze Zeit nur durch dieses beknackte Maisverhältnis und habe die Lupe gesucht. Ja, so eine Wirklichkeit. Es ist kurz nach neun. Ich würde sagen, es reicht dann auch. Ich muss irgendwann mal essen und darf morgen noch schon wieder früh raus und muss mich mit Dreckssäcken rumärgern. Oh, ich kann ausschlafen. Muss man es nur zu machen. Ist doch auch nie besser. Frisches Geld holen, ja, ja. Äh, nein, neun Perso beantragen, sonst komme ich nächste Woche nicht in Urlaub. Ach Gott, wo geht's denn hin? Nach Verteventura. Ui. Dann muss ich eine ganze Woche ohne mich auskommen. Nein. Blicke schön. Nein. Ich aber nicht. Ich denke an euch, wenn ich am Strand hier bin. Ja, danke. So, ich glaube, wir müssen jetzt noch das Outro für Benni machen, wa? Na. Tschüss. 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 Hat mich gefreut. Es higgelig. War gut gewesen, so. Ja, das war ein Outro, so. Herrlich. Das war das Outro schlechthin.